Heute gucken wir uns ein richtig cooles WebGL-Projekt an. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Beziehungsweise heute gibt es nicht so ein richtiges Tutorial, sondern wir gucken uns einfach ein WebGL-Projekt an. Das Ganze ist ziemlich cool. Es wurde letztens in Discord zum Thema und das ist einfach wirklich erstaunlich, was alles eigentlich möglich ist. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert, wie man das Ganze bauen könnte. Ich finde es einfach nur ultra cool, deswegen wollte ich es euch einfach mal zeigen. Wir gucken uns das gleich einfach mal an. Falls ihr selbst Projekte habt, die ihr gerne mal teilen wollt, unten in der Videobeschreibung. Schreibt einfach mal bei Discord vorbei oder schreibt uns unten in die Videokommentare. Aber jetzt wollen wir nicht mehr Zeit verlieren, also legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, das hier werden wir heute bauen und zwar zusammen mit einem richtig coolen Projekt, was ich euch gleich zeigen werde. Und zwar, wenn wir jetzt unsere Maus bewegen, seht ihr schon, der Effekt ist einfach Hammer. Er ist unfassbar flüssig. Also es ist wirklich selbst auf Mobile Phones überall einsetzbar. Ich habe keine Ahnung, wie man so etwas Cooles programmiert. Ich finde es einfach nur Hammer und deswegen wollte ich euch das zeigen. Das Ganze basiert auf der WebGL Fluid Simulation. Das ist dieses Projekt hier, wo man auch ganz viel einstellen kann. Das Ganze ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut einfach mal auf GitHub vorbei, hinterlasst hier einen Star oder sagt auf Twitter einfach mal Danke für so ein cooles Projekt, was jemand entwickelt hat. Ich, wie gesagt, finde es einfach wirklich, wirklich cool. Und wir werden heute das damit bauen. Das Ganze ist ziemlich einfach und damit legen wir direkt los. So wie immer bei meinen Videos haben wir hier ein paar Dateien, mit denen wir gleich arbeiten. Das ist meine normale Entwicklungsumgebung. Wie genau das aufgebaut ist, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist hier eine Seite. Wir haben auch nur unsere Index.html, eine MainSAS und eine Function.js. Deswegen schließe ich das jetzt. In der Function.js werden wir gleich einiges bisschen machen. In der MainSAS habe ich im Prinzip nur etwa, also einmal mein Standard-Part hier oben gestylt und dann hier unten einmal eine H2. Das ist im Prinzip diese Überschrift hier in der Mitte. JustMove habe ich halt in die Mitte positioniert und mit Position und Translate dann direkt in die Mitte gesetzt. Und ich habe ein Canvas-Objekt. Das liegt hier im Hintergrund. Das sieht man auch hier in der Index.html. Ich habe hier ein Canvas-Objekt ohne Alice. Ich habe hier meine JavaScript-Datei verlinkt. Ich habe hier oben meine CSS verlinkt. Ich habe hier eine Google-Fun verlinkt, einfach für diese Überschrift, die hier ist. Dann ist hier halt die Überschrift und das Canvas-Objekt. Mehr machen wir eigentlich gar nicht und das ist auch nicht wirklich viel. Was heißt, ihr könnt das auf jeder Seite irgendwo einsetzen. Ihr müsst quasi nur ein Canvas-Objekt vergeben. Und das Nächste, was ihr machen müsst, ist euch von dem GitHub-Repository, was ich unten verlinkt habe, einfach nur diese Script-Datei runterladen. Diese Script-Datei ist nicht komplett optimiert. Also sie ist nicht dafür da, dass man sie einfach runterlädt, sondern man muss damit schon noch ein bisschen was machen. Und das werden wir jetzt. Und zwar kopieren wir uns das alles und kopieren uns das einfach in unsere Function.js rein und haben hier jetzt 1332 Zeilen Code. Was genau hier alles drin steht, wie diese ganze Berechnung funktioniert, kann ich euch leider nicht sagen. Das übersteigt mein mathematisches Verständnis. Leider allerdings werden wir hier ein paar Anpassungen machen müssen. Was heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier unsere Live-Demo sehe, dann wird das Ganze nicht funktionieren, sondern wir bekommen hier Fehler ausgeschmissen. Und zwar GA is not defined. GA ist in der Regel Google Analytics, deswegen suchen wir hier jetzt einfach mal GA. Sehen hier, dass es eine Funktion gibt. Die können wir jetzt einfach auskommentieren. Speichern das Ganze ab. Und in dem Moment ist das hier schon mal weg und ein neuer Fehler. Allerdings weiß ich, weil ich im Vorfeld damit rumprobiert habe, das liegt daran, dass wir diese Start-UI hier haben, was hier aufgerufen wird. Das wollen wir nicht, weil wir keine UI haben wollen. Das ist diese Übersicht, wo man so ganz viele Einstellungen treffen kann. Das Ganze kommentiere ich aus. Und in dem Moment haben wir das hier behoben. Und wie ihr seht, kann ich mich jetzt hier, wenn ich einfach die Maus gedrückt halte, unser schönes Muster ziehen. Allerdings will ich das nicht nur, wenn ich die Maus gedrückt halte, sondern ich will das auch, wenn ich meine Maus einfach bewege. Was heißt, wenn das beispielsweise im Hintergrund auf eurer Webseite liegt, dann ist es ganz cool, wenn das einfach automatisch passiert, auch wenn ich im Prinzip nicht drücke. Und dafür müssen wir ein bisschen runterscrollen, weil hier unten kommen irgendwann die ganzen Event-Listener. Hier sehen wir schon Key Down. Was heißt, wenn ich jetzt beispielsweise einfach bestimmte Tasten drücke, dann passiert was. Und hier ist Mouse Down. Diese Sachen kopieren wir uns hier mal raus. Und hier ist Mouse Move. Und das kopieren wir uns jetzt hier einfach rein. Was heißt, wir starten die Funktion und wir generieren uns eine Farbe in dem Moment, wenn wir die Maus bewegen und nicht nur, wenn wir die Maus wirklich drücken. Was heißt, in dem Moment, wo ich mich jetzt bewege, ich muss die Maus nicht drücken, sondern ich bewege mich einfach nur und wir generieren diesen Effekt im Hintergrund. Und das Schöne ist halt auch, dass es passiert, auch wenn ich hier über die Überschrift drüber gehe. Das Ganze ist, wie gesagt, ziemlich cool. Ich finde es einfach ein Hammer-Projekt. Ich weiß wirklich nicht, wie man so etwas bauen kann. Ich habe es versucht zu verstehen. Ich saß da zwei, drei Stunden vor dieser Datei hier und habe versucht, diese ganzen Berechnungen im Hintergrund irgendwie nachzuvollziehen. Allerdings keine Chance. Also da gebe ich mich geschlagen. Ich finde es einfach ein Hammer-Projekt. Und hinterlasst auf jeden Fall einen Star auf dem Repository oder sagt einfach mal auf Twitter Danke für so ein Projekt. Und vor allem, dass es einfach auf GitHub Open Source mäßig zur Verfügung steht und man es auch nutzen darf. Das finde ich einfach wirklich Hammer. Und falls ihr selbst solche Projekte mal habt, die ihr gerne zeigen wollt, die ihr entdeckt habt, gerne einfach mal unten in die Videobeschreibung, in die Kommentare posten, so etwas zu zeigen und Leute, die so etwas bauen, einfach mal zu featuren. Finde ich eine wirklich tolle Sache. Und ja, vielleicht kann es in eurem Projekt wirklich einen coolen Effekt erzeugen. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr wie immer Twitter, Facebook, Discord und so weiter. Schaut vorbei, schreibt und sagt einfach mal hallo. Wenn ihr diesen Schellen unterstützen wollt, findet ihr dort außerdem Patreon oder halt Amazon Affiliate, wo ihr einfach etwas kaufen könnt, um diesen Schellen etwas zu supporten. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao. Bis dann, viel Spaß.